KI könnte in und für unsere Gesellschaft eine Rolle spielen wie Strom und Telefon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. KI ist die Basistechnologie und KI ist der Enabler für Services, Produkte und maschinelle Fähigkeiten, die die Industriegesellschaft braucht, um zu einer wirklichen Wissensgesellschaft zu werden. Und zwar so, dass wir über die größten Probleme nicht nur sprechen, sondern an Lösungen informiert, global und zusammenarbeiten. Und mit den größten Problemen meine ich Energie, Klima, Mobilität, Umwelt, Wirtschaft, Gesundheit, Bildung. KI könnte nicht nur die Rate der Erfindungen erhöhen, sondern auch die Ergebnisse verbessern. Und KI könnte auch den öffentlichen Diskurs informationskompetenter machen. Die Rolle der Hochschulen hat sich überhaupt nicht gewandelt. Wissenschaftliches Arbeiten unterrichten, selber denken ermöglichen, Urteilsfähigkeit steigern, Informationskompetenz erhöhen, Offenheit und Neugier befeuern. Die wissenschaftlichen Grundlagen bereiten, damit die Wirtschaft wiederum auf dieser Basis mit eigenen Talenten, mit eigenem Geld, mit eigenen Investitionen Produkte und Services entwickeln kann, die nachhaltig alle zivilgesellschaftlichen Anforderungen und Erwartungen erfüllen. Die Hochschulen sollten nicht beeindruckt sein von anderer Leute Marketing. Sie sollten die eigenen Stärken auf den Punkt bringen und sich wirklich nicht den Schneid abkaufen lassen. Nicht die geistesgeschichtlichen Säulen der wissenschaftlichen Revolution aus den Augen verlieren. Lächelnd die ausgestreckte Hand der Aufklärung ergreifen und sich freuen, dass KI Werkzeuge zur Verfügung stellt, die das wissenschaftliche Arbeiten unterstützen und die das vernunftbasierte Denken wirklich in neue Höhen bringen kann. KI passt zum Bildungsauftrag der Hochschulen wie der Deckel auf den Topf. Das Wasser wird schneller kochen. Das ist die Idee. KI beschleunigt den Weg zur Erkenntnis. Für die, die auf diesem Weg sind, das ist klar. Für die, die verstehen wollen. Für die, die Fragen haben und das Wissen und die Wissenschaft brauchen, um Fortschritte zu machen. Bildung ist diskursiv. Und die Hochschule ist der Ort des Gesprächs. KI ersetzt nicht den Gesprächspartner. KI verbessert die Recherche. KI verbessert die Vorbereitung für die Lehrenden und die Nachbereitung für die Lernenden. Automatisiert aber nicht das Verstehen. Das muss jeder schon selber leisten. Der Groschen fällt nur im eigenen Kopf. Auch übrigens behalten muss man das Wissen immer noch selber. Es nutzt überhaupt nichts, dass das Wissen der Welt zur Verfügung steht. Es nutzt auch nichts, wenn Sie mit einer Enzyklopädie in einem Raum sind. Sie müssen es schon selber wissen, um in Ihrem Hirn neue Ideen zu haben. Der größte Irrtum im aktuellen Diskurs über KI ist die Unterstellung, dass der nächste logische Schritt die sich selbstbewusste Maschine sein muss. Wenn der Unterschied verschleiert und nicht pointiert wird zwischen allgemeiner künstlicher Intelligenz und künstlicher allgemeiner Intelligenz. Das erste, die allgemeine künstliche Intelligenz, ist die Hoffnung KI als Baukasten, KI als Universalwerkzeug. Aber das zweite ist Fiktion. Die künstliche allgemeine Intelligenz, die sich nur denken lässt als eine Maschine mit eigenen Zielen und Plänen, einem eigenen Willen und eigenen Vorstellungen. Ganz bestimmt ist die Wünschbarkeit einer solchen uns dann vollkommen unbekannten künstlichen Daseinsform sehr zweifelhaft. Also das sowieso. Aber sie existiert nicht und sie ist auch mittelfristig nicht erwartbar. Eine Maschine hat für sich keine Selbstwirksamkeit und kein Leben. Insofern sollten wir uns nicht von Blockbustern und Bestsellern hypnotisieren lassen, sondern die vorhandenen Werkzeuge befähigen und die zukünftigen entwickeln, sodass wir schlauer sind und Probleme schneller lösen werden können. Aktuell hat jeder Zugriff auf sehr viele Daten. Aber auch sehr viele Daten sind noch kein Wissen. KI könnte helfen, dass die Nutzenden mehr wissen und sich informierter entscheiden. Und mit informierter entscheiden meine ich in Kenntnis der Ursachen und Gründe. Das heißt nicht, dass die politischen Ergebnisse zu jedem Zeitpunkt nur positiv sein werden. Aber es könnte helfen, dass die interessierte Öffentlichkeit urteilsfähig ist. Mein persönlicher Wunsch, ich sage das immer wieder, ist eine realistische Einstellung, die die Nutzung von KI als Werkzeugkasten für das Wissen und die Wissensvermittlung, das sind die Hochschulen, befördert. Und ganz bestimmt keine magische, die zu überhöhten Erwartungen und zu Schnappatmung führt. Mein Vorschlag ist, dass wir in Deutschland KI weiterentwickeln und Wissensdialoge mit Wikipedia ermöglichen. Dabei geht es nicht um Fragen nach Fakten, Orten oder Daten, sondern um einen Mensch-Maschine-Dialog und um die Positionen und Zusammenhänge und um die Abwägung der Wirkungen und Folgen auf der Basis der Auswertung der verfügbaren übergroßen Wissensräume. Und KI hilft uns, zu navigieren und zurechtzukommen in übergroßen Wissensräumen und kann uns deshalb das Material geben für unsere eigene Inspiration. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk